Gut, wir fangen dann jetzt doch mal an, auch wenn die anderen noch sich teilweise in der Pause befinden und begrüßen Florian Meyer-Havranek, der Head of Content und Wortchef ist beim Jugendsender BR Puls, also hier perfekt hinpasst zu uns Podcaster sozusagen und Podcasterin und er wird vorstellen, sein Projekt, oder nicht dein Projekt, sondern euer Projekt vielleicht eher, einfach machen, das gerade in der Entwicklung war und jetzt gleich, also bald erscheint, gleich ist nicht das Richtige. Genau, also es erscheint bald, aber ist noch in der Entwicklung gleichzeitig. Gut geplant, aber natürlich nicht ganz getroffen. Doch, 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 aber es wird natürlich immer am Schluss erst fertig. Und das Ganze beruht auf Millennials, einem sehr populären US-Podcast im Serious Storytelling-Format und Millennials begleitet Jugendliche auf dem Weg erwachsen zu werden. Und ihr begleitet jetzt auch jemanden dabei, wie er seinen Fuß und seinen Weg findet ins US-LA-Schauspiel-Business. Genau, genau. Aber ich möchte nicht so viel verraten. Wir sind inspiriert von Millennial, aber nicht ganz ähnlich, aber genau, darüber erzähle ich ja gleich was. Ja, genau. Dann vielen Dank. Deine Bühne. Super. Dann, ich bleibe mal hier so stehen, weil ich klicke das hier dann einfach weiter und freue mich, hier sein zu dürfen. Darum geht es heute, ganz kurz. Schaut funky aus, ist aber ganz einfach. Hallo, schön, dass ihr euch, ich tut es euch einfach alle mal, interessiert für den Vortrag. Ganz kurz zu mir. Ich bin Florian, ich arbeite bei PULS seit Anfang dieses Jahres als Head of Content. Was ist das? Das ist so eine Art Chefredakteur, Inhaltechef. Ich kümmere mich um alle geplanten Themen, die wir machen, multimedial. Also ich kümmere mich nicht nur um unsere Podcasts. Ich kümmere mich viel um unsere Themen, die wir im Radio machen, aber die wir dann eben auch, wenn sie große Recherchen sind, auch in unsere Fernsehsendung PULS TV bringen wollen und auf unsere Social-Media-Kanäle und auf unsere Webseite natürlich auch. Also darum geht es. Und da sind uns in diesem Jahr auch vorher schon natürlich Podcasts total wichtig und mir ein persönliches Anliegen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wisst ihr, kennt ihr, gibt es viele Podcasts, die sich aus Radiosendungen speisen und die dann halt zu Podcasts gemacht werden. Und dann hört sich das auch ohne Musik im Nachhinein immer noch wie eine Radiosendung an. Das weiß man genau, wo das herkommt. Und wir gehen da bei PULS schon einen Weg, dass wir sagen, das muss als beides funktionieren. Und so ist es von Anfang an gedacht. Aber mein Anliegen war jetzt auch mal zu sagen, warum nicht quasi noch einen Schritt weitergehen. Das ist ja super, super innovativ fürs Öffentlich-Rechtliche, noch einen Schritt weitergehen. Und sagen, lass es uns gleich mal als Podcast von Anfang an denken und dann erst schauen, wie wir es ins Radio bringen. Natürlich spielen wir es auch, also wollen wir es auch im Radio spielen, wollen wir was davon haben. Aber dass wir einfach mal dieses Denken umdrehen und eine Geschichte anders erzählen, sodass sie uns also wirklich halt auch, dass wir die stärken, die Podcast hat, dass wir die einfach nutzen. Und da stelle ich euch heute einen vor. Ein Projekt, das wir Mitte November angehen wollen. Und ich fange einfach mit der Person an, über die wir das erzählen wollen. Das ist Marcel. Marcel ist 25, ist mittlerweile 26, war 25, als wir ihn kennengelernt haben. Und Marcel ist, wie soll man sagen, so der typische gut ausgebildete Millennial. Also der hat einen sehr braven, dualen Bachelor gemacht, Ingenieur, so Studium mit Siemens zusammen, hat während der Uni dann schon ein kleines Unternehmen gegründet, ist damit gescheitert, hat wieder ein kleines Unternehmen gegründet, eine Veranstaltungsreihe betreut, hat im Schlaflabor Experimente mit sich machen lassen, so als Studentenjob, hat dann gesagt, ja Siemens, weiß ich nicht, ich brauche noch irgendwie was, was verrückter, hipper, krasser ist. Er ist in die Niederlande gegangen, hat da ein Master gemacht zum Changemaker an der Alternative Business School. Also was, sagen wir mal, was cool ist, also reflektiert das Ganze, was er da macht schon. Hat überall Freunde, war auf der Welt, war überall schon reisen, hat ganz viele, spricht ganz viele verschiedene Sprachen und ist jetzt mit seinem Studium fertig, mit seinem Master und kommt zurück nach Deutschland. Und eigentlich könnte der überall arbeiten. Also der könnte wieder zurück zu Siemens, der ist einfach, der ist gut, der ist charismatisch, der ist gewinnend. Und warum ist er ein typischer Millennial? Weil Marcel sagt, ja, also das ist schön und gut, aber irgendwie, also so jetzt wie mein duales Studium weiter, so soll es nicht mein ganzes Leben weitergehen, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Also arbeiten schön und gut, aber so weiß ich nicht, also so richtig weiß er einfach nicht, was er will. Und da zoomen wir kurz mal raus, also weg von Marcel hin zu vielen Leuten zwischen 20 und 30, die wirklich gut ausgebildet sind, die eigentlich auch wegen der demografischen Lage super Chancen haben, irgendwas Cooles zu machen, irgendwas zu arbeiten. Es läuft ja auch gerade diese Jugendstudie, die der Bayerische Rundfunk mitmacht, die auch PULS mitmacht, Generation What, da ist auch eines der Ergebnisse, dass quasi einfach Arbeit so, also so normale Arbeit irgendwie und sich dann verwirklichen in einem Bürojob oder sowas, dass das nicht mehr so zieht unter jungen Leuten. Und deshalb sagt Marcel, ja, da war doch noch irgendwas anderes. Da war doch noch irgendwas anderes. Ich habe doch schon immer gerne geschauspielert. Das habe ich doch schon immer gerne gemacht. Und warum probiere ich das nicht jetzt? Also später werde ich es nicht mehr probieren. Jetzt ist genau die Zeit, das zu machen. Und natürlich ist es total unsicher, weil er hat da noch nie was in die Richtung gemacht. Und er sagt, ich würde aber total gerne in einem Film mitspielen. Und zwar nicht jetzt in einem Film wie oder in einer Serie wie Daheim ist Daheim so, also wo er dann auch hierbleiben könnte und das am Ende vielleicht sogar klappt. Möchten wir jetzt nicht über die Qualität von Daheim ist Daheim reden. Das ist natürlich super und das würden wir uns total wünschen, wenn Marcel da mitspielen würde. Aber Marcel sagt, nee, die coolen Sachen, die kommen ja aus L.A., die kommen ja aus Hollywood. Und ich bin so gut, ich bin so überzeugt von mir. Da fahre ich jetzt einfach mal hin und dann wird mich da schon irgendwer nehmen. Also Marcel hat einen Traum. Sein Traum ist Schauspieler werden. Und daraus ist quasi unsere Idee entstanden, ihn dabei zu begleiten bei seinem Traum. Er selber nimmt sich, sagt er für sich, hängt auch damit zusammen, wie lange man in den USA bleiben darf und so, wie viel Geld er hat. Er nimmt sich drei Monate Zeit, diesen Traum zu verwirklichen und zu schauen, ob er da irgendwie mal so ein bisschen dem Traum näher kommt, so eine kleine Stufe nach oben. Er bucht sich einen Flug in die USA und geht an Schauspielschulen, geht an Sets, schlachtet alle Kontakte aus, die er hat und versucht, Schauspieler zu werden. Und wir haben uns gedacht, das passt, das passt einmal, weil Marcel ein interessanter Typ ist. Wir haben ihn schon kennengelernt, so ein bisschen zumindest. Und weil es eine gesellschaftliche Stimmung aufgreift. Einerseits haben ganz viele Leute irgendwie so ein Unwohlsein, einfach nur arbeiten, soll es das gewesen sein, es gibt es da nicht mehr, gibt es da nicht was anderes oder so. Aber ganz wenige trauen sich wie Marcel. Und wir haben gedacht, warum, also wenn wir jetzt sagen wir mal weiter öffentlich-rechtliches Programm machen würden, dann würden wir irgendeinen Tag festlegen und sagen, hey, in zwei Monaten, da fängt das Ausbildungsjahr wieder an, lass uns einen Thementag machen und dann reden wir irgendwie mit fünf verschiedenen Leuten darüber, was sie machen und was sie nicht machen und reden noch mit zwei, drei Soziologen und da füttern das alles schön mit Zahlen. Aber so wirklich, wirklich nah kommen wir da keinem. Besser wäre es doch, das umzudrehen, auch ins Positive zu drehen. Also wir suchen uns ein Positivbeispiel und sagen, wir begleiten Marcel einfach da dabei, wie er versucht, seinen Traum zu erfüllen und machen mit ihm einen Podcast. Geben ihm ein Mikro mit in die USA und er nimmt sich dann einfach auf bei seinem Sprung ins Haifischbecken. Einfach machen ist so ein Slogan, der uns da eingefallen ist und auch der Sprung ins Haifischbecken beziehungsweise so das, lass mal schauen, was da auf mich zukommt. Vielleicht wäre ich ja gar nicht gefressen, vielleicht ist er gar nicht so schlimm. Hat uns auch so als Bild gepasst. Ist noch nicht super final. Ich habe es anfangs gesagt, das ist alles noch ein bisschen Work in Progress. Also der Titel könnte sich noch ändern, das Logo könnte sich auch noch ändern oder so. Aber es geht schon in die Richtung, in die wir wollen. Und wir haben uns gedacht, wir machen deshalb den Podcast, weil wir einmal da ihn über eine sehr lange Zeit begleiten können, weil wir sehr nah an ihn rankommen, weil wir bei Momenten dabei sein können, wo wir, wenn wir einen Journalisten mitschicken würden und immer wieder, hey Marcel, wie geht es dir? Da kommen wir einfach nicht, also da sind wir nie in den richtigen Momenten dabei. Und wir müssen, also wir können natürlich uns das nicht leisten, drei Monate jemanden da mitzuschicken mit ihm. Und wir schaffen es aber auf diese Art, und da glaube ich, ist halt dann eben gerade zum Podcast oder eben Audiophones, Storytelling sehr, sehr stark. Wir schaffen es da, sehr nah an eine Person ranzukommen. Also viel näher, als man es vielleicht mit einer Kamera, was man ja auch hätte machen können. Keine Ahnung, wir erzählen die Reality-Soap mit der Kamera, wie Marcel da hinfliegt. Und nee, wir haben uns explizit dafür entschieden, das als Podcast zu machen, als Radioprojekt zu machen, weil wir glauben, dass man da eine sehr starke emotionale Bindung auch mit jemandem aufbauen kann, der im Idealfall, und ich möchte nicht zu viel verraten, vielleicht mal unter der Bette geweint, weil was nicht geklappt hat, oder keine Ahnung, mit Heimweh seine Kumpels, seine Mutter, seine beste Freundin irgendwie anskypt. Und wir nehmen das alles auf und am Schluss setzen wir uns hin und machen daraus einen Podcast. Das ist die Idee. Ein bisschen inspiriert von Millennial. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr schon mal davon gehört? Es geht im Endeffekt darum, dass in den USA ein Mädel, die mit ihrem Studium fertig ist, einfach sagt, ich weiß nicht, was ich eigentlich tun soll. Also ich habe schon immer Lust gehabt, irgendwie so Podcasts zu machen. Jetzt nehme ich mich mal selber auf. Die erzählt ihr eigenes Leben über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Anfangs auch noch etwas holprig, aber das ist einfach deshalb so stark, weil die wirklich einem so einen krass nahen Einblick in ihr Leben gewährt. Wir haben gesagt, über so einen langen Zeitraum wissen wir noch nicht mal, ob das interessant ist. Und wir wissen auch gar nicht, ob das das Richtige ist, jetzt nur Marcells Leben da zu erzählen. Aber wir haben einfach mit diesen drei Monaten, die er da ist, mit dieser Zeit, die er sich auch selber setzt, um seinen Traum zu erzählen, zu verwirklichen, einen guten Zeitraum, um zu sagen, hey, das ist doch was, genau da wollen wir mal genau nahe hinschauen, ob er das schafft. Kurz noch, Millennial wird gemacht von Megan Tan, die mittlerweile auch bei großen Podcasts, also bei großen Podcasts in den USA mitarbeitet und Millennial auch weiterführt. war damals auch deshalb so ein bisschen Erfolg, weil es halt so ein, weil viele Medien darüber berichtet haben und das so ein krasser, naher Einblick in so ein Leben von, ich glaube, die war damals 23, 23, 22, irgendwie so, so ist. Genau, wir unterscheiden uns schon stark davon, haben uns aber davon inspirieren lassen, so von ihrer Erzählweise so ein bisschen. Ich habe einen Höreindruck mitgebracht, können wir gleich mal reinhauen, dauert zu drei Minuten, ist noch nicht fertig, wir gehen da produktionell nochmal ran, wir wissen noch nicht genau, wie wir es mit den Erzählebenen handhaben wollen, was dann so wirkliches Storytelling angeht. Kann ich gleich, würde ich sagen, noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn wir es angehört haben, kurz zu der Situation. Marcel ist zu dem Zeitpunkt in den USA, also er ist rübergeflogen, sucht ein billiges Zimmer, weil er hat auch echt nicht viel Geld und geht dann tatsächlich einfach zu Schauspielschulen hin und sagt so, hey, also hier bin ich, da kann ich hier irgendwie, kann ich hier mitmachen, so. Da gibt es Auditions, Tryouts, um überhaupt in die Schauspielschulen reinzukommen und da hören wir jetzt mal rein. Die Spielregeln sagen, dass jeder genommen wird, der gut ist. Also es kann jeder genommen werden. Von daher denke ich, ist gar nicht so schlimm, wenn so viele andere dabei sind. Aber dann ist es schon komisch, weil in L.A. sind die alle irgendwie ein bisschen mehr Hardcore. Also die kamen halt alle rein und die waren alle so vorbereitet und die waren alle so Schauspieler schon. Während ich da stande, dachte, ich gucke mir das hier mal an. Die haben alle so den Eindruck gemacht, dass die wissen, was sie tun. Weiß nicht, dieses Konkurrenzdenken hat so ein bisschen in der Luft gelegen schon. Haben sie dich als Konkurrenz wahrgenommen? Du als Typ, der irgendwie bis eben keinen Lebenslauf hatte? Ich glaube, hier nimmt mich niemand als Konkurrenz wahr. Die nehmen sich gegenseitig als Konkurrenz wahr und dann ist da noch Marcel. Just do whatever. Alright, and when you're ready, action. Wir sitzen in diesem Raum in so eigentlich nur so 20 Stühle und dann eine Hälfte leerer Raum ist. Also wir sitzen mit dem Stuhlrücken zur Wand in zwei, drei Reihen und gucken auf die leere Raumhälfte, weil die andere leere Raumhälfte ist dann gleich die Bühne. Und die Lehrerin sitzt vorne und sagt, okay, wir machen jetzt halt drei Übungen und als erstes stellen wir uns halt hin in einer Reihe sozusagen und wir erzählen gemeinschaftlich dieselbe Geschichte. Also irgendjemand fängt an, irgendeine Geschichte zu erzählen mit Es war einmal fängt er an und dann muss irgendwann zeigt sie nicht mehr auf die Person, die gerade redet, sondern zeigt auf eine andere Person und die Person muss sofort weiterreden. The way that this game is played is I'm gonna sit right here and whenever I point at anyone up here they're gonna start telling the story. now they're gonna have to pick up like mid-word, mid-sentence, mid-syllable and it's gonna be told by everybody. But I'm gonna be a jerk because if anyone doesn't stop talking as soon as I pull my hand away whether it's in the middle of a word anything then they're out. Und die erzählen über ein fucking Poker-Game Texas Hold'em und das war schon etabliert dass wir ja der Texas Hold'em spielen und dann erzählen dir so nach und nach was passiert. Ja und der legt die erste Karte hin und dann der legt die zweite Karte hin oder beziehungsweise du kriegst deine erste Karte oder du kriegst deine zweite Karte und ich komm dran und ich sag so und du kriegst deine dritte Karte und dann bleibt im Moment wieder klar bei Texas Hold'em kriegt man keine dritte Karte. Direkt verkackt. Direkt. Direkt schon mal Inkonsistenz in der Geschichte reingebracht. Und der nächste übernimmt direkt mit der Frage und du stellst dir wahrscheinlich die Frage warum nimmt er eine dritte Karte und die andere Person ergänzt dann weil auf die gezeigt wird. Naja, weil wir hier eine ganz besondere Version des Kartenspiels spielen. Und so wird die Geschichte weitererzählt natürlich. Aber ich packe mir erst mal natürlich an die Stirn und denke ach Marcel. Soweit der Höreindruck. Ist noch ein bisschen rough. Ist also an manchen Stellen noch ein bisschen lang. Man kann aber schon erkennen so mit welchen verschiedenen Ebenen wir da arbeiten wollen. Also wir haben seine Aufnahmen von vor Ort die manchmal richtig coole Situationen mitnehmen die Atmo mitliefern die vielleicht manchmal auch nur so einen so einen Rahmen vorgeben die aber auch auf jeden Fall einen zeitlichen Rahmen geben weil da tut sich ja also da entwickelt sich ja wirklich was wir haben ihn danach nochmal und die teilweise oder die eigentlich so solange sie nicht so Selbstgespräche sind oder so die er auch gemacht hat also so Reflektionen so wie Mensch heute in der Früh also heute habe ich richtig Bock weil gestern habe ich den und den kennengelernt und es geht was voran ich freue mich total oder ich bin total niedergeschlagen es hat nicht geklappt ich bin nicht genommen worden oder sowas aber viele Situationen und Gespräche sind sind auf Englisch die wir auch auf Englisch lassen wollen vielleicht nicht ganz so lang wie sie da waren und dann kommt die zweite Ebene drüber er ist in einer viel besseren Qualität also Studioqualität nochmal nachinterviewt worden in zwei Tagen glaube ich zwei Sessions oder so mehrere Stunden lang aber immer quasi wir hatten da die Töne schon vorgehört vorsortiert und die starken Situationen schon rausgesucht also wir haben ihn ganz ganz speziell zu besonderen Situationen die wir erzählen wollten die wir identifiziert hatten als Keypoints in dieser Geschichte als Wendepunkte oder sowas haben wir ihn befragt und haben dann gesagt wie hast du dich in der Situation gefühlt erklär das nochmal was war da oder sowas einmal ganz ehrlich vielleicht weil er es in der Situation selber nicht nicht gemacht hat nicht selber gemacht hat weil die Töne die er geliefert hat weil er jetzt auch also der ist kein Podcaster der ist kein Radiomacher der ist kein Medienmensch weil er vielleicht nicht die Erfahrung hatte das Mikro dann an der richtigen Stelle anzumachen weil er es vielleicht auch nicht durfte aber auch weil weil er im Nachhinein nochmal sehr schön drüber reflektiert und nacherzählt was da eigentlich auch ihm durch den Kopf gegangen ist haben diese Ebene und haben dann noch die Ebene ganz kurz ist es angeklungen dass ihn also den Podcast machen auch wenn ich jetzt die ganze Zeit hier stehe und das erzähle mache nicht ich sondern machen zwei zwei Reporter von PULS eine Reporterin ein Reporter Christian Alt und Anna Bühler und die die Spielregeln sagen dass jeder müssen sie nochmal hören und die die interviewen ihn und die werden auch in der werden auch in dem Podcast drin vorkommen also wir lassen ihre Fragen drin wenn das passt und wir überlegen dann nochmal eine Ebene drüber zu gehen und zu sagen so wahrscheinlich brauchen wir auch nochmal eine einordnende Ebene von denen dass die dass die so wirklich in der Studiosituation nochmal in ganz kurzen Sätzen nacherzählen was da eigentlich passiert um die Geschichte zu beschleunigen so weil weil sonst wird es also die sind dann quasi wirklich wie normale Hosts in einem Podcast und erzählen das Ganze so mit aber das wird dann quasi mit erzählt mit in Echtzeit mit erzählt wie eine Reportage oder sowas also wie eine Geschichte die sie einfach im Jetzt in der Gegenwart mit erzählen so das sind die Ebenen mit denen wir spielen genau wir können also je nachdem wir können dann gleich mal noch drüber reden falls jemand Lust hat irgendwie dazu Feedback schon mal zu geben ich sage noch kurz wie wir weitermachen wir wollen Mitte November starten mit mit einer Doppelfolge in einem Podcast Feed und dann wöchentlich mit neuen Veröffentlichungen immer sonntags ich habe es schon angesprochen nachgelagert spielen wir das Ganze auch im Radio aus was auch rechtlich für uns ja wichtig ist was wir aber natürlich auch wollen also es ist auch ein super Inhalt den man dann natürlich unterbrochen mit Musik irgendwie im Radio sehr gut bringen kann und wir überlegen uns noch was wir drumherum quasi noch erzählen um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen also thematisch lässt sich da schon relativ viel anknüpfen sei es nur wie ist es eigentlich wenn ich in den USA arbeiten will kann ich da einfach hinfliegen und Schauspieler werden nein es geht natürlich nicht eine Schwierigkeit auf die Marcel irgendwie später auch kommen wird sodass es natürlich nicht so leicht ist sind dann kurz vor Weihnachten sozusagen durch mit der Erzählung und die letzte Folge ist dann auch ganz aktuell da ist dann der Zeitraum wo wir Marcel begleitet haben ungefähr sieben, acht Monate lang gewesen und wir holen ihn dann nochmal ganz frisch ins Studio und also das Spannende ist nämlich dass er das jetzt so wie es sei verraten in den drei Monaten natürlich nicht geschafft hat Schauspieler zu werden aber die Idee nicht aufgegeben hat und jetzt weitermacht und da tut sich auch gerade was und das ist das was es halt irgendwie auch ganz cool ganz cool macht ihr wollt ja ihr wollt ja was sehen ihr wollt ja mir nicht nur zuhören genau das ist das ist so der Plan ich wäre mit dem Vortrag jetzt erstmal durch soweit zwei Fragen die mich interessieren würden wäre einmal vielleicht also das mit dem mit den verschiedenen mit den verschiedenen Erzählebenen ob ihr glaubt dass man da durcheinander kommt dass man sowas wie Hosts im Studio braucht oder ob das eher bremst das andere wäre dass wir tatsächlich halt überlegt haben ist es sinnvoller sieben Folgen sollen es insgesamt werden die einmal komplett irgendwo reinzuschmeißen und dann zu sagen binget's sofort das Zeug ist ja ist ja fertig wobei wir es nicht hinkriegen werden alles jetzt zum 13. schon fertig zu kriegen von daher stellt sich die Frage auch gar nicht mehr aber wir haben gesagt wir entscheiden uns bewusst dafür klar mit einer Doppelfolge irgendwie zu starten noch vorher einen Teaser zu machen und zwischendrin auch mal irgendwie noch ein bisschen Zeug zu haben aber eher dann in den wöchentlichen Rhythmus zu gehen um halt immer wieder jede Woche sagen zu können hey es gibt wieder was Neues und wir erzählen wieder was das bewerben wir dann auf Puls natürlich wir haben noch einen anderen Medienpartner dabei der das auch bewerben wird und dann dann können wir so halt über ein bisschen längeren Zeitraum einfach eine Aufmerksamkeit immer wieder mit kleinen Punkten setzen das genau das würde mich noch interessieren oder ob ihr da andere Erfahrungen habt oder Tipps oder so danke wer möchte vielleicht auf die Fragen antworten und dann auch Andi sitzt uns immer hinter der Kamera nein bin ich nicht also auf die Fragen die du gestellt hast kann ich jetzt nicht direkt antworten oder habe ich eigentlich keine Meinung dazu in der Sinne mich würde eher interessieren wie ihr es intern aufgebaut habt also welche Rolle hast du gespielt wie haben die Redakteure das gemacht was vorhin auch noch nicht ganz rauskommen war also habt ihr den dann wieder lokal hier interviewt oder sind von euch Leute da hingegangen also mich würde mehr so noch die die Meta-Information also wie ihr es gebaut habt sozusagen oder organisatorisch auch gemacht also wie wir es organisatorisch gebaut haben tatsächlich wow okay die Idee ist die Idee ist entstanden weil ich einfach mit vielen Leuten bei uns im Team gesprochen habe die halt als Reporter unterwegs sind die als Reporter vielleicht schon Formate machen andere Podcasts beziehungsweise Radiosendungen die wir die wir bei PULS haben die auch ganz cool sind alle mal reinhören bitte die die jetzt schon betreuen und ich gesagt habe es wäre also was wir nicht haben ist mal was was wirklich ganz nah an den Menschen rangeht was mich auch emotional bewegen kann was ich halt an vielen jetzt muss ich sagen gerade US-Sachen irgendwie sehr sehr gut finde im Moment die so also wo so Gänsehaut Momente entstehen und die nicht alle nur lustig sind sondern halt auch echt traurig aber die einen einfach oder oder ja auch positiv aufgelernt die einen so richtig mitnehmen und zwei Leute hatten dann hatten dann einfach die Idee die haben die haben Marcel kennengelernt in einem anderen Rahmen und haben gesagt das ist eine super Person der ist der ist der kann super erzählen der ist cool der sprüht vor Energie und der hat jetzt dieses verrückte Projekt irgendwie und dann haben wir gesagt ohne noch genau zu wissen was wir machen ja dem geben wir mal ein Mikrofon mit und dann haben wir schon gesagt ja und dann müssen wir immer noch mal noch zu bestimmten Zeiten muss er mal mit uns skypen und er soll bitte seine möglichst viele Skypes irgendwie aufnehmen auch noch mit seiner Mutter oder mit seiner Freundin oder sowas also da wollen wir natürlich auch reinhören und dann hatten wir total viel Material und haben haben im Prozess nebendran quasi versucht uns zu überlegen wie wollen wir das Ganze eigentlich erzählen welche Strukturen gibt es dafür was für ein was für ein Konzept das vielleicht dahinter steht überlegen wir uns das Ganze ist so gedacht jetzt sag ich mal wenn das mit dem Titel einfach machen rausgeht oder einem ähnlichen Titel also viel verändern wird sich von der Ausrichtung jetzt da nicht dann kann man sagen Staffel 1 Marcel Staffel 2 keine Ahnung Heike oder ja die irgendwas anderes verrücktes macht die man begleitet und dann kommt man irgendwann später mal wieder zu Marcel zurück wenn er jetzt doch bei Siemens angefangen hat oder wieder erwarten der nächste Star von Dahormes Dahormes oder sowas und macht kleine Episoden mit dem oder so die ein Jahr später sein können oder sowas aber dann also man hat quasi die Idee diese Geschichten nutzen sich jetzt also die Idee jemanden der an einem Wendepunkt in seinem Leben steht und einfach sagt ich hab Bock was komplett anderes zu machen das nutzt sich nicht ab das kann man nochmal wann anders machen das war so die Grundidee und dann haben wir es so organisiert dass dass ich mich mit den beiden Reportern sehr stark also dass wir zusammen das als Team so überlegt haben wie wir das Ganze aufbauen und auch organisieren wollen und die haben sich dann mehr um das Inhaltliche gekümmert und ich mehr um das ja Redaktionelle im Hintergrund also ich bin Redakteur quasi Veröffentlichungsplan Medienpartner suchen Organisationen von von Studiokapazitäten Audio Produzenten noch dazu sowas genau und wir haben ihn also deshalb ist es sagen wir um das jetzt zu testen auch weil auch bei uns die Strukturen für sowas noch nicht nicht da sind ich weiß auch gar nicht was ob euch das noch kann ich eigentlich streichen nicht da sind ich weiß gar nicht ob es da Strukturen dafür geben kann die dann immer sowas so institutionalisieren oder ob man die einfach nicht immer wieder neu einfach finden muss und sagen muss da gibt es Leute die kreativ sind und die Lust haben was auszuprobieren jetzt schauen wir wie wir das wie wir das bei uns irgendwie umgesetzt kriegen weil das zu uns passt also passt halt zu Puls junge Leute wir haben dann wir haben dann geschaut wie wir das organisiert bekommen und haben ihn dann nach diesen drei Monaten idealer Zeitpunkt einfach wirklich nochmal ins Studio eingeladen und hatten dann aber schon ganz viel davon davon angehört und konnten ihn dann ganz gezielt dazu nochmal befragen konnten auch ein bisschen Kamera mitlaufen lassen und dann kann man schauen ob wir da Social Media mäßig noch ein bisschen was rausziehen und so aber genau so ist es passiert jetzt setzen sich die beiden Reporter hin hören sich alles durch haben 200 Seiten Manuskript von allen Tönen die er aus den USA mitgebracht hat und genau und dann komme ich wieder redaktionell dazu und dann haben wir noch jemanden von einer so Audioproduktion dabei zwei Fragen noch drauf Transkript heißt manuell ihr habt da keinen Automatismus und zweite Frage habt ihr dem Protagonist irgendwas gezahlt oder entlohnt oder wie läuft sowas wir haben also wir haben nee wir haben kein automatisches Programm das solche Töne abtippen kann das ist ja auch also da ist auch von der Audioqualität sehr unterschiedlich Englisch Deutsch alles gemischt irgendwie Geräusche drin und so nee das hat jemand gemacht und wir zahlen ihm wir zahlen ihm eine eine Aufwandsentschädigung also kein Produzentengehalt das war von Anfang an das war von Anfang an so besprochen genau aber ja wir wir nehmen ihn nicht komplett aus mein Name ist Nora ich habe den Podcast die Anachronistin und ja emotionale Produkte funktionieren habe ich festgestellt auch hier und auch verschiedene Erzählebenen funktionieren da bin ich relativ sicher also auch wenn ihr einen coolen Protagonisten habt weil damit steht und fällt das ich glaube dass die beiden Redakteure nicht zu weit weg sein dürfen vom Thema also ich glaube dass es schön ist wenn der Journalist nicht derjenige ist der drauf guckt sondern sich auch vom Protagonisten mitnehmen lässt ich weiß nicht hast du kennst du die fünfteilige Folge der Anhalter von WDR genau die beiden machen ja auch sehr transparent wie sie damit umgehen emotional und ich glaube wenn du wenn du die Ebene da rein bekommst bekommst du auch die Studiogespräche gut verknüpft also ich bin relativ sicher dass das funktioniert und jemand der der hört der das zum Beispiel beim Autofahren macht oder so ist auch nicht so abgelenkt wie jemand der Radio hört also ich glaube deswegen funktionieren Podcasts oft besser weil man sich die bewusst anhört das ist kein Nebenbei-Medium und deswegen darf man in der Struktur da auch komplizierter sein also widersprecht mir wenn ihr das anders seht aber das ist so meine Erfahrung mit Podcasts also das sehe ich auch so ist auch meine Erfahrung ich höre auch sehr viel und so genauso ist es auch angelegt also die die lassen sich mitnehmen die sind krasse Fans von ihm geworden kann man sagen so also die haben es so richtig so dass sie so ah jetzt hat das geklappt das ist so schön also so richtig so nee das ist das ist sehr nett ja was wir also ich glaube was wir uns was so öffentlich-rechtliches Storytelling oder kann man gar nicht sagen was öffentlich-rechtliche Features oft haben die ja dann in eine ähnliche Richtung gehen finde ich dass sie oft durch so einen also an so einem Formalismus manchmal leiden dass sie sich so ganz starr überlegen welche Ebenen sie bedienen wollen und wie dann das Storytelling so durchgibt und in der Ebene findet aber nur das statt und da ist dann die Hintergrundmusik und nee der darf nicht da aus seiner Rolle rauskommen oder irgendwie sowas also da wollen wir einfach sagen so wir wollen die Geschichte einfach erzählen und dann ob wir dann in den Ebenen hin und her springen ob das nachher aufgenommen wurde oder sowas das ist glaube ich jetzt mal und so wollen wir es jetzt testen dem Hörer dann hoffentlich egal weil die Geschichte stark ist so ja ich glaube auch es geht so in die ähnliche Richtung ich glaube dass man die gut reinbinden kann die zwei aber ich glaube es ist die Frage irgendwie wenn es ein Podcast ist dann sollte irgendwie er das Zepter in der Hand behalten das ist die Frage ob sie es ihm irgendwie wieder rausreißen durch diese Gespräche weil das fände ich dann uncool aber ich glaube der Vorteil ist wenn er alleine in Amerika ist und dieses also dieses Aufnahmegerät dient ihm ja wie eine Gesprächsperson deswegen glaube ich ist da eine gute Chance da dass das sehr authentisch rüberkommt und ich glaube dann wird das auch ganz gut angenommen ich glaube dass das vom Thema auch ganz gut funktioniert und ich fände es besonders spannend glaube ich wenn ihr darüber hinaus noch mehr Personen vorstellt die auch andere Wege gehen also dass er irgendwie so einen ein Bild darstellt von so einem Millennial vielleicht aber dass es eben auch ganz viele verschiedene Wege gibt weil ganz viele junge Leute überhaupt nicht wissen was sie tun sollen und dass es vielleicht auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben könnte und ich finde es auch gerade gut dass ihr es staffelt also gestaffelt rausbringen wollt und am Ende mit ihm nochmal so ein so eine Konklusion macht wie jetzt beim Deutschlandfunk Reportage wenn dann die Autoren selber da sind dann werden wir nochmal sagen wie ging es euch damit wie war das irgendwie war das cool oder nicht ja also so ist es angelegt was wir nicht was wir bewusst nicht machen wollen ist sagen wir bringen jetzt in seine Geschichte noch andere Protagonisten rein denen es ähnlich geht und die auch was ausprobiert haben und erzählen dann so Nebengeschichten oder sowas also so würde ich jetzt eher klassisch zum Beispiel ein Feature bei uns bei uns bauen oder sowas wo du einen roten Faden hast eine starke persönliche Geschichte die sich durchzieht und dann hast du mal noch einen Antagonisten dazu irgendwie dem es nicht so gut ging und dann hast du noch den Experten der es auf ein anderes Level hebt oder so wobei wir eigentlich mittlerweile dazu übergehen die Experten lieber wegzulassen ja aber also das da würden wir uns jetzt bewusst dazu entscheiden das nicht zu machen sondern die sieben Episoden bei ihm stattfinden zu lassen und dann danach in der Idee her zu sagen mal schauen wie es läuft aber jemanden Zweiten zu erzählen und dann keine Ahnung vielleicht sind es ja nur drei Folgen oder so also ich finde es klasse dass ihr dass ihr das macht und ich denke ihr solltet euch vielleicht nicht auf eure Radioinstinkte so sehr zurückziehen weil ihr kennt es und es ist ein super Experimentierfeld für euch also ihr könnt Sachen ausprobieren ihr könnt schauen was funktioniert und wenn was nicht funktioniert ist nicht viel kaputt aber wenn was funktioniert dann seht ihr das am Feedback und darauf könnt ihr dann aufbauen also ich denke ihr solltet eigentlich versuchen nicht Radio zu machen sondern eher das ein bisschen zurückfahren und versuchen Wege zu finden wie ihr eigene Erzählformen findet weil das könnt ihr dann wieder verwenden um es im Radio zu verwenden also beeinflusst jetzt schon unsere Arbeit so im Radio auch also ich betreue noch ein Format bei uns das heißt die Frage da das ist auch ein Podcast und da also es ist viel mehr als jetzt nur eine Radiosendung es ist quasi es ist ein Multimedia-Projekt könnte man jetzt sagen da das aber auch eine starke also das aus einer Radiosendung erwachsen ist und da gehen wir aber mittlerweile eigentlich in der Planung der Audio-Geschichte dazu über dass wir das vom Podcast her planen und da auch finde ich viel fürs Radio gelernt haben jetzt läuft es dann auch noch im Radio und was ganz lustig ist ist dann festzustellen wenn Kollegen die jetzt vielleicht nicht so viele Podcasts hören dann sagen so ja das hat mich jetzt an der Stelle doch keine Ahnung verwirrt da hätte ich gerne noch mal den Experten doch dann gehört der mir das irgendwie einordnet oder so und wir haben das halt also das ist ein Host der also ein Reporter der recherchiert was eine Frage die er sich stellt die schwer zu beantworten ist wie schlimm ist Gefängnis wie schlimm ist Knast zum Beispiel dann geht er da selber rein und spricht halt mit vielen Leuten und dann erzählen wir es aber halt eigentlich nur an den Leuten so und da gibt das ist ganz lustig weil wir dann so mitkriegen so naja da so ein bisschen also da musste ich ja vorher das schon gehört haben so und ich habe aber erst dann und dann eingeschaltet oder sowas und ich sage solange man dran bleibt ist es ja nicht also ist es ja nicht schlimm also klar kann man nicht alles Radio immer so machen aber auf dieser Feature-Strecke die wir da haben können wir können wir sowas ausprobieren und es funktioniert dann im Podcast besser zu dem Feedback das ist in dem Fall natürlich jetzt sowas dass wir Feedback einbauen können wenn wir merken es funktioniert was nicht so aber natürlich ist jetzt da die Recherche fertig also das ist jetzt kein Projekt das über ein halbes Jahr läuft und dann sagt man nach einem Monat jetzt haben wir Erfahrungen gesammelt wie müssen wir die nächsten Produktionen angehen so richtig was in der Produktion umstellen oder in der Herangehensweise wäre jetzt dann was wenn man sich überlegt es lief ganz gut aber da und da an den Stellen könnte man noch was umbauen was sind Erfahrungen die wir für eine zweite Staffel mitnehmen oder sowas da würde ich dann so das sehen ja vielleicht da auch um anzuknüpfen also du hast ja gesagt auch bei dem Klangbeispiel was du vorgespielt hast dass das vielleicht ein bisschen zu lang ist an manchen Stellen aber Podcast ist ja also es bietet ja Raum um da irgendwie mehr zu machen oder so also warum bietet ihr nicht unterschiedliche Versionen vielleicht an eine Radioversion und eine Podcastversion wo vielleicht so O-Töne ein bisschen länger sind oder sowas ja will ich aber also will ich gar nicht ich will ich will eine gute Podcastversion machen ich will also ich will nicht ich will nicht eine Radioversion machen und dann nochmal irgendwie rumdoktern und sagen so das andere also ich meine das hier andersrum dass ihr eine Podcastversion habt also wir machen was wir bestimmt machen ist also wir machen den Podcast fertig oder die Podcastversion die Ausgaben und machen dann sag mal gepackagte kleinere Teasingbeiträge die jetzt sag ich mal im Tagesprogramm auch laufen können oder sowas und dann jetzt in einer in einer Abendstunde am Wochenende oder sowas wo wir eh Sonntag 18 Uhr Featureplatz haben wo eh Spezialsendungen kommen oder sowas da werden wir dann diese Podcaststücke nochmal nochmal anders aufteilen und mit Musikstückeln damit das halt auch also halt auch im normalen Radio laufen kann damit da jetzt nicht 15 Minuten Wort kommt und dann 25 Minuten Musik so was ja überhaupt nicht passen würde aber auch da würde ich dann das nicht also würde ich es jetzt nicht kürzen oder sowas sondern ich würde dann die beste Geschichte wo wir uns gesagt haben das ist die beste Geschichte auch dann als beste Geschichte stehen lassen so und natürlich hat man dann dazu irgendwie das in einer kurzen so wie ein Kino-Trailer 2,30 3 Minuten Version um das mal im Tagesprogramm zu spielen oder so und dann zu sagen hey wollt ihr euch das ganze Ding anhören abonniert euch den Feed so okay wenn es keine Fragen mehr gibt dann ich habe noch eine ganz kurz plant ihr denn noch weitere Podcast-Projekte die auch vielleicht so ein bisschen innovativ funktionieren mehr so Storytelling Multimedia-Sachen und so also ist da noch mehr im Kommen konkret also meinst du jetzt Puls oder der BR insgesamt also der BR macht insgesamt da ganz viel es gibt ein paar Redaktionen die sich dem angenommen haben die sich da mehr auch drum kümmern können bei Puls ist es halt immer so die Frage ja also wir haben natürlich auch noch einen Radiosender wir müssen auch schauen wie da wie Sachen da funktionieren wir probieren aber viel aus gerade ja und wir haben Lust da viel auszuprobieren auch weiterhin also wir haben zum Beispiel vor kurz also wir haben jedes Wochenende einen Feature-Platz wo jede Sendung auch auch ein Podcast quasi ist mit Spielwiese Frage eine Netzsendung die auch im Podcast ganz gut funktioniert Netzfilter und haben aber dann einfach mal einen Platz da freigeräumt um zu sagen lass mal einen Sex-Talk probieren mit mit drei Reportern von uns die sich dann halt so das hatten die sich ich glaube Geschlechtskrankheiten als als schönes erstes Thema ausgesucht und das ist dann einfach was das das probieren wir dann auf so einem Platz aus ist vielleicht von Anfang an schon viel mehr in Richtung Podcast gedacht und können das aber auch super da im Radio spielen so genau also da ist ja da ist passiert gerade viel okay vielen Dank Florian meine Kontaktdaten waren ja auch da also wenn irgendwie eine Idee ist oder so dann gerne auch mal schreiben weiß nicht sonst einfach nochmal man findet mich ja vielen Dank nochmal für den Einblick und wir freuen uns auf November